ja hallo also das was wir am samstag mal probieren möchten wäre dass wir hier im hof ja sozusagen auf freiwilligen basis dann eine kleine jonglier einheit anschließen und zwar das kann schon mit den keulen sein muss auch nicht unbedingt auf jeden fall wenn es mit den keulen ist auch von der einen hand in die andere bei einer umdrehung